Mit digitalen Tools hast du vielfältige Möglichkeiten, um mit unterschiedlichsten Personen zeit- und ortsunabhängig zusammenzuarbeiten. Allerdings nützt das beste Tool nichts, wenn die Beteiligten die Funktionen nicht beherrschen und sich nicht einig sind, wie sie zusammenarbeiten sollen. Ebenso wichtig wie die technischen Kompetenzen sind somit gemeinsame Vereinbarungen und eine partizipative Kommunikationskultur. Leicht geht bei der Kommunikationsflut die Übersicht verloren. Abhilfe schaffen kann die Konfiguration des Tools für die persönlichen Anforderungen und die Nutzung der zahlreichen Strukturierungsmöglichkeiten wie Kanäle, Ordner, Tags oder Markierungen. Darüber hinaus ist aber auch ein konsequentes Selbstmanagement notwendig. Mit welchen Zielgruppen kommunizierst du über welche Kanäle? Wie rasch darf man von dir eine Antwort erwarten? Wie gehst du mit all den hereinprasselnden Benachrichtigungen um? Bei der Zusammenarbeit mit Online-Tools greifen synchrone und asynchrone bzw. zeitgleiche und zeitversetzte Phasen oft ineinander. Durch die Auslagerung einer Datei in die Cloud können alle beteiligten Personen daran zeit- und ortsunabhängig zusammenarbeiten. Im folgenden Beispiel wird das Zusammenspiel erläutert. Bei der Entwicklung eines Konzepts kann beispielsweise die Arbeitsgruppe an einem gemeinsamen Treffen das Grundgerüst festlegen und das weitere Vorgehen besprechen. Anschließend arbeiten die Gruppenmitglieder zeitversetzt am Inhalt weiter. Dabei ist der aktuelle Stand der Arbeit für alle Beteiligten jederzeit einsehbar und die Änderungen können direkt vorgenommen werden. In der Vernehmlassung kann dem Team die Möglichkeit gegeben werden, sich über die Kommentarfunktion mit Fragen und Einwänden einzubringen. Die Kommentare öffnen somit eine Meta-Ebene, auf der über den Inhalt diskutiert wird, ohne diesen bereits zu verändern. Das erlaubt eine wesentlich effizientere Durchführung der Konferenz, an der das Konzept verabschiedet wird, denn alle kontroversen Punkte liegen im Vorfeld schon auf dem Tisch und sind teilweise bereits andiskutiert. Schließlich kann das Konzept aufgrund der diskutierten Punkte in die endgültige Form überführt werden. Wie greifen solche Phasen in deinem Arbeitsalltag ineinander? Wie greifen solche Phasen in deinem Arbeitsalltag.